Ich kann nicht schießen, noch ein Stück. Ich versuch's jetzt gleich early. Jetzt! Nein! Hallöchen und Fink und willkommen zu einer weiteren Folgerunde von World of Kings zusammen mit Donucord. Hallo Leute! Hallo! Ich hab mein Panzer ein bisschen geupgradet hier. Die Verbesserungs- äh, die Dingels hier Sachen. Dass ich mich reparieren kann, Feuer löschen kann. Defibrillator hab ich auch dabei. Nice! Ich hab hier einen deutschen Tier-2-Panzer. Im letzten Part war ich ja richtig kacke unterwegs. Ich hab jetzt geschafft, einen Panzer zu erforschen und hab hier einen neuen. Ähm, ich bin immer noch aber trotzdem auf eure Kommentare angewiesen, weil ich's immer noch nicht genau verstanden hab, wie ich das gemacht hab. Und mein Panzer sieht so aus wie der, der beim letzten Mal bis zum Ende überlebt hat. Ich weiß nicht, ob mein Panzer dafür so gut ist. Mein Panzer sieht so aus wie der, der letztes Mal bis zum Ende überlebt hat. Verstehste? Diese... Das ist Artillerie. Ich weiß es nicht! Ja, du hast Artillerie. Sorry. Ich würde so gerne einmal schießen, um's zu testen. Auf jeden Fall... Ja, du hast Artillerie. Du ziehst ziemlich hoch. Ich werd gnadenlos untergehen. Links die grüne Zahl steht ja, wie lange du nachlehnst. Links die grüne Zahl? Die ist bei mir noch rot, ja. Wie lange läuft die denn? Jetzt hab ich sie ready. Ich brauch insgesamt 33 Sekunden zum Nachladen. Die läuft. Das heißt, ich muss mit nem Schuss auf jeden Fall treffen. Richtig? Sonst wärs... Solltest du versuchen, ja. Ich sollte hidden, ja. Aber dafür werd ich jetzt... Ich werd so hidden, ja. Wenn die da hinten um die Ecke kommen, ne, dann hitte ich die. Alter, hier hinten kommen alle. Ja, 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 ja. Warte doch, warte doch. Ich hab mich schon mal positioniert. WTF? Wie funktioniert das? Wenn ich Shift drück, krieg ich so ein anderes Menü. Die müssen um die Ecke kommen. Ich hab's, glaub ich, verstanden. Hoffe ich. Das geht so nach hinten los. Bäm, Bitch. Alter, das ist wirklich ne Art... Geiles Menü, Alter. Okay, unsere Leute racken da hinten. Dann muss ich gar nicht... Toll. Und ich fahr hier wie ein Vollidiot durch die Gegend, ey. Deswegen standen die alle so weit hinten. Ey, ich werd sie auch rumschießen, ey. Mit der Artillerie. Das könnte auch Spaß, Mann. Hey, 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 hey. Hay, hey, 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 hier. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Jetzt... Wenn ich nur vorwärts fahr, gehts eigentlich. Ich versuch gleich... Achter, die... Ihr macht alle kaputt, bevor ich da bin. Aber wir knott nur froh, nein, Quatsch. Ich bin jetzt bei Silent Bee. ich habe gerade von irgendwas gehittet Ich wurde von irgendwo an geschossen, wo ich niemanden gesehen habe, ich fühle mich verarscht Nein, ich bin voll in die Dinge und in die Trümmer gefahren Oh, er kommt gleich Fahr noch einen Meter Ich kann doch nicht, ist noch ein Auto vor Ich kann nicht schießen, noch ein Stück Ich versuch's jetzt gleich early Jetzt Nein Habe ich mich selbst getötet? Ja, ne? Die Anzeige war grün Ne, Moment, aber ich habe mich nicht selbst getötet, oder? Ich wollte so einen Zeppel, glaube ich, getötet Von was? Zeppel Zeppel Ne, ich wollte... ey, ich habe gerade geschossen, ne? Das war so cool Und jetzt! Ich wollte... ich habe gerade den Knopf getötet Oh, na hallo ey, das war schön Hahahaha Halt den Sammel Ach man, ich wollte damit jetzt zum ersten Mal schießen Ja, hat wohl nicht so funktioniert, wa? Oder, habe ich mich selbst getötet? Nein, ich konnte da eigentlich durchschießen Zeppel, von Zeppel wurdest du getötet Okay, dann Gibt es einen, der so heißt? Zeppel Ja Nein, Zeppel Gibt es aber nicht Doch, oh, oh, okay Level 27, ja, willst du mir eigentlich fahren Ja, ja, ja Level 27, ja, das ist sein Alter Sein Alter Das war's mit Zeeland Boy Ich glaube, ich werde mich... in der nächsten Runde werde ich mich auch verstecken Ich verstecke mich Moment, guck doch mal, wo war denn Sammel bei dir? Kann ich noch dir zugucken? Ne Ich werde mich verstecken jetzt gleich beim nächsten Mal Ja Ja So schnell kann er treten Nein, 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 ich bin nur bereit Jordi, bist du ready? Ich mag den Panzer, ja Ich mach das jetzt Bist du ready? Hm Kann ich dir noch erforschen? Ich hab eigentlich alles erforscht Ready up! Alter, jetzt mach ich die nass Ich bin jetzt mit der Artillerie Ich werde mich jetzt auch nach hinten in den Busch stellen Ich bin gespannt, ich bin gespannt Aber, muss ich gar nicht mehr zielen? Ich hab nämlich so ne... Oh, du wirst hier Nein, ich hab so ne Map-Overview Wenn ich Shift drücke Was bei dir Ego-Perspektive ist, ne? Komm ich in so ne... Da machst du ruhig die Artillerie Genau, da komm ich in so ne Map-Overview Muss ich dann einfach nur auf ihn draufdrücken? Und halt gucken, dass nix im Weg ist Ich hab keine Ahnung dadurch Okay, aber egal In der Mitte kann ich doch jetzt wahrscheinlich sehr weit durchsnipern Dann werde ich mich jetzt gleich nach rechts stellen Oder fahre ich links auf die Burg? Nein, ich brauche ewig, bis ich da bin Ich möchte so langsam bin Ich geb dir mal Deco, ich komm mit dir mit Ja, ich möchte mich jetzt gleich hier nach rechts stellen So ein bisschen Um auf die Hauptstraße zu gucken Was ist die größte Distanz? Ich sehe, wo ich jetzt bin Ja, genau Da möchte ich hin Siehst du da schon einen? Also grob nicht In fünf Sekunden geht's los, Ali-Boy, bist du weit? Ja Jetzt immer noch ready Ah, danke Ach, erstmal lade ich ne halbe Minute nach Nicht vergessen Sooo Oh ne, das ist schon fast zu weit Okay, 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 okay Checken wir mal, ob das klappt Wir drehen uns erstmal in die Richtung Alter, und jetzt kann ich hier zoomen, ne Ich sehe niemanden Doch, da kommt einer Aber den hätte ich noch nicht sehen können Als ob ich da Ob ich das sehen kann Das kann doch Doch, das kann ich sogar sehen Ich hoffe, dass wirklich grüne Linie bedeutet Da kann ich gucken Oh, ich krieg fett auf die Knotze Mein Schuss kriegen wir sogar wirklich dahin Geil Scheiß, ich hab vergessen die Dinge nachzufüllen Da ist einer Zehn Sekunden noch zum Nachladen Ich sehe da einen Sechs, fünf, vier Ich hab´ ihn Ich hab's geholt Ja, ich hab ihn geholt Ich hab´ ihn geholt Ich hab' ihn geholt ich hab' ihn geholt Ja, geh direkt, hab ich ihn klar gemacht, den Bang-On-Air, wie verspätet der Schuss überhaupt erst ankommt, das ist so geil. Boah, Dalu, hier kommen richtig viele Leute. Was ist das? Ich muss mal hier mit der Map schauen. Hier vorne ist die Action. Okay, eine Straße weiter, ich kann mich hinrollen. Ich komme, Ali, ich komme in die Street. Okay, 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 ich bin jetzt bei dir gleich. Ich fahr noch weiter geradeaus, Alter, ich seh meine Chance, ich seh meine Chance. Da ist Early Boy, Ali, da kommt einer auf dich zu. Fahr zurück ein bisschen, ich geb dir Backup. Neeein! Den hab ich nicht gesehen. Nimm das, Sucker! Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh nein, oh nein! Ich kann nicht fahren! Ich brauch endlich! Ich brauch ne Stunde, bis ich weg bin, das ist das Problem. Ich hab einen geholt, Early! Ich hab ihn geholt! Gucken wir mal, wem wir hin? Gucken wir mal zu. Wer sieht hier aus, wenn er richtig Action macht, Alter? Der Wo ist denn VTR 100 1000 Ist irgendwo abgehauen mit der Bahn Ja der mit der Bahn Der kommt aber ein bisschen spät später Ich glaube ich sollte mit der Artillerie noch weiter hinten stehen Haben wir irgendeinen der auch Artillerie spielt Guck mal wo der steht Der Efe Aydin Der hat sich ganz weit irgendwo außerhalb platziert Efe Aydin Der ist damit auf dem Schlachtfeld Hä bei mir nicht Ganz oben links A3 ist der Ja Guck mal das direkt neben unserer Base Ja um halt unsere Base defen zu können Knick 77 der bei der Action Warte Bier Wie heißt der Na Knick Oh der kommt aber jetzt Der Padro Junkie Glauben wir gewinnen Oh das wird knapp Kette beschädigt Nee Fünf gegen sechs Oh was war das denn Alter da hinten ist wer Oh Schnell Pol 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 Da kann das Rohr noch drehen. Ich kann mein Rohr auch drehen. Jetzt, Polakko. Nein, Polakko ist down. 3 on 4. Jetzt wollen wir VTR noch. Ja, ja, aber der könnte... Marley wird der One-Hitten, wenn er ihn trifft. Aber er sieht ihn noch nicht. 1%! Oh nein. Er hat ihn auf 1% gehabt. Ja, jetzt müssen wir auf ein Bier hoffen, ne? Ja, aber der hat da auch Action mit 2. Mit 1. Bier! 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 Er tappt nämlich den Punkt. Kann ich so ran sind, dass ich sehe, was er macht? Nee. Ich glaube, Bier kann nicht mehr fahren. Kann das sein? Doch, kann er! Fahr doch! Der ist wohl zu riskant. Aber der tappt den Punkt, dann ist es vorbei. Ja, ich glaube auch, dass er Ahnung hat. Also zumindest habe ich keine. Jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Er versucht es noch! Er geht da rein! Der tanzelt ihn aus, der andere! Madga! Jetzt! 5%! Komm schon! Der war aber raus, das Ding! Oh, von den, von den, von den, von den, von den! 1%! 1%! Marley! Marley, was machst du denn, du Arsch? Ja, Bier! 1 gegen 1! 1 gegen 1! 1 gegen 1! Wo ist der andere? Toll! Beide in der gegnerischen Base! Ranton ist das, ne? Ja! Alter! Was ist das soooool? Okay, warte, warte. Wie sehe ich denn meine Sicht? Okay, also ich sehe... Achtung bei Koordinate, K5, okay, da wurde einfach nur gecallt, wo der ist. Ich bin, ich hoffe, er schafft das, aber er hat auf jeden Fall gut abgeräumt. Ja. Er versucht es auch, also er spielt hier nicht auf Zeit oder so. Knick hat 6 Panzer gekillt. Was ich jetzt ganz, ganz beschissen finden würde, wäre, wenn der Ranton jetzt auf der rechten Seite in unsere Base fährt und dann beide wieder tappen. Nein, Knick ist schnell unterwegs. Oh, da rennt er und versteckt es hier irgendwo. Meinst du, er wird defensiv spielen? Ich versuche es auch irgendwie zu sehen. Ich glaube, der macht auch sehr defensiv. Weil er macht mich ganz nervös, ne? Er schafft das. Er ist gleich da. Er muss! Knick, knick, knick. Okay, jetzt biegt er gleich ab und dann kommt es drauf an. Sehen wir Ranton oder nicht? Was bedeutet wohl diese, das, die, das Symbol oben? Die Größe von dem Symbol. Ist das vielleicht die HP? Ah ne, der uns hat nur noch 12 HP. Ich habe keine Ahnung. Sehen wir Ranton jetzt. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Wo ist er? Guck dich um! Ali, guck dich um, guck dich um! Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Er wurde gesehen! Wie? 40% Leben hat er noch. Ah! Oh Gott! Hat ihn nicht gejuckt. Er könnte aber versuchen, ihn einfach, er könnte einfach wegfahren. Nicht kämpfen! Okay! Spiel doch auf Zeit! Aber er weiß, was er macht. Wir sollten ihn nicht in seinen... Weil er muss doch fahren. Ranton muss doch rankommen. Oh Gott! Erli, er ist weg! Ranton kommt von der anderen Seite! Er ist weg, Erli! Nein, ist er nicht vor! Er kommt einfach! Der war unsichtbar! Ja, kurz hatte ich nicht mehr gesehen für uns. Was passiert jetzt? Abgeprallt! Oh Gott, oh Gott! Oh Mann! Jetzt erwisch ihn! Voll, 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 voll! Nee, kritisch! Ah, das... Oh! Das waren die gleichen Panzer! Schade! Er hat es versucht, Mann! Er hat echt gut abgeräumt. Erli, komm! Direkt, direkt, gefecht! Ready? Wir sind schon bei 15 Minuten. Nein! Erli, los! Ready! Hast du? Ja, aber gib gar nichts! Ja, ey, halt die Klappe! Wir müssen das hier spielen, weil es Spaß macht. Und der Link dazu... Jetzt ist vier Uhr morgens, Dalu! Steht gar nicht! Am Ende eines Matches steht die Uhrzeit immer, du Lügner! Halt die Schnauze! Steht da immer! Steht da gar nicht! Doch, ist wirklich so! Steht da nicht! Lüge! Befolge für die Regeln! Die gemeinsame Nutzung eines Kontos habe ich nicht gelesen! Aber wir können es ja wieder sagen, Leute, wenn ihr das Game noch nicht habt, der Link ist immer unten in der Videobeschreibung, kostet euch gar nichts! Und wenn ihr es bereits habt, addet uns einfach und schaut auf Twitter! Denn da können irgendwann, wenn wir spielen, auch wenn die Chance sehr gering ist, dass wir da zusammen... Halt die... Erli macht hier nur Mist, ja, während ich hier versuche, den Krieg zu gewinnen! Ja! Erli, ich möchte jetzt hier länger leben! Wo gehe ich hin? Links in Berco! Du bist schon wieder Artillerie, oder? Ich bin Artillerie, Alter, das macht Spaß! Ich folge dir mal! Ich bin langsam, du kannst mir nicht folgen! Ich folge dir! Lieg's auf die Burg! Ich hab' ne gute Idee! Oder ganz rechts außen, sag! Rechts oder links? Rechts, links, 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 ich bin auch auf die Burg! Okay! Ich wende noch! Warum fährst du nicht schon mal? Ich kann nur wenden oder fahren! Ja, fahr mal zu! Alter, du machst mein Panzer kaputt! Immer Speedboost! Wenn mein Panzer gleich explodiert, ne? Dann lache ich! Jawoll, schieb, Ali, schieb! Ich würde jetzt so in den 8 schießen, ne? Guck mal, das geht sogar ein bisschen! Ich weiß nicht, ob der was bringt! Ich glaube schon, ich glaube, ich bin langsamer! Was machst du? Alter, du Verrückter! Dauert! Dauert, dauert, early! Ja, ja, ist ja groß! So kann ich mich schneller drehen! Kann sich noch um Jahre annehmen! Ne, okay, ne, komm ja! Alter, wenn man von der Burg runter schiebt, early, schieb mich! Oh! Schieb, early! Komm, wir müssen den Jacket überholen! Ich versuche mal einzuschätzen, wie schnell du fährst, wie du auf dem schneller fährst! Ich sag ja! Genau, es geht wirklich schneller! Ali, schieb mich da in den Berg! Ich müsste gleich so in dem Moment, wo wir oben auf den Berg ankommen, müsste ich die einfach mal abballern! Nein, guck mal, wir überholen ihn damit, rechtlich! Guck mal, wie der denkt, was er sich denken muss, alter! Was soll ich denn machen, die da? Guck nicht! Okay, ich werde jetzt rechts an die Ecke fahren, ne, damit ich da runter schießen kann! Schieb, dreh mich ein bisschen! Sehr gut, sehr gut, dranbleiben, early! Ich kann mich sonst nicht drehen, perfekt! Jawoll! Schieb mich nach vorn! Soll ich die noch runterschieben? Nein, nicht runterschieben! Links, warte, wo kann man, da kann man durchgucken! Da ist ein Stück in der Mauer weg, da muss ich hin! Ich hoffe, die sind nicht schon alle durch, dann ist es vorbei, ne, dann haben wir rumgealbert! Ich sehe keinen mehr! Early, hier ist nichts mehr! Die tappen! Da unten ist noch was! Die tappen! Da unten ist einer da oben! Early, aber du musst zum tappen! Du musst zurück! Wir sind nicht die einzigen Letzten hier! Ich bleib bei dir! Early, wir werden verlieren! Wir hatten so ne gute Taktik! Ich kann niemanden anschießen hier! Da hinten ist einer! Early, mein Panzer ist auch schwarz! Ich komme so schnell da nicht hin! Warte, warte, ich kann gar nicht auf ihn schießen! Hit! Ja! Ich lade nach! Warte, ich fahre in unsere Stützburg, ich fahre in unsere Basis, ich fahre hier runter! Als ob das klappt! Klappt nicht! Oh, da unten, da unten, da unten, rechts, unten, rechts, unten, rechts! Ja, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht! Der hat ein Prozent! Zehn! Ich fahre vorne an die Wand! Die haben getappt, ist vorbei! Ich hab's dir gesagt, Early! Ich hab's dir gesagt! Der hat nicht rechtzeitig geschafft! Warum ist noch nichts zu Ende? Doch, jetzt! Ist doch kacke! Gut, sehr gut gemacht, Early! Ja, halt, ich werd da nicht so schnell hingekommen! Ja, das haben wir richtig versaut! Wir stellen nirgendwo ne Uhr Zeit! Natürlich, 23,56 stand er gerade! Nein, steht da nicht, das ist dein, 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 dein Punktescore! Bist du bescheuert? Du machst das durch Freundschaft! Alter, Leute, schaut unten in die Videobeschreibung, schaut bei Early vorbei, edit uns, wenn ihr das Game habt und, äh, versucht euer Glück, ja, und bringt uns was bei, ich lese eure Kommentare gerne, bis dann, tschüss! Machen wir! Tschüss!